Ein herzliches Grüß Gott aus Berlin. Da will ich auch im nächsten Jahr wieder hin. Die Delegierten der CSU in Bamberg und Farchheim haben mich gerade wieder aufgestellt für die Bundestagswahl 2017 mit einem überwältigenden Ergebnis von 98 Prozent Zustimmung. Vielen Dank für diese breite Unterstützung. Das ist wirklich Rückenwind auf dem Weg in den Deutschen Bundestag. Und wir werden als CSU ein starkes Team auf den Platz stellen. Wir suchen noch nach einem Mannschaftskapitän, aber Sie können sicher sein, diese Frage werden wir lösen. Zuvor allerdings geht es um Inhalte. Wir müssen Sachfragen klären, wie wir beispielsweise weiter mit Flucht und Migration umgehen wollen. Aber wir tun das aus einer Position der Stärke heraus. Wir haben einen stabilen Arbeitsmarkt in Deutschland, solide Finanzen, keine neuen Schulden und keine höheren Steuern. Wir investieren in Zukunft, in der Bildung, in der inneren Sicherheit, in Infrastrukturmaßnahmen. Also wir sind gut aufgestellt und damit wir erfolgreich bleiben können, brauchen wir eine stabile Regierungsmehrheit, auch 2017. Wir brauchen eine starke Union und vor allem ein bisschen mehr Bayern in Berlin. Vielen Dank, herzliche Grüße in die Heimat. Vielen Dank.